jo leute und damit willkommen zurück zu kaiser mario mit dem flash mit centus dem joshi vernichter du mich auch jetzt gibt es eine kleine änderung zu dem projekt und zwar kommt das jetzt nur noch mittwochs und sonntags weil wir im flash erzählen denn das sollte noch weiter erzählen es gibt eine kleine änderung mittwoch und sonntag die ganze zeit ich muss sich konzentrieren ja meine güte nein ich stirb es klarzustellen es gibt nur noch mittwochs und sonntags nur noch und zu sterben auch man ich sterb nur ich auch gerade schon wieder ich hab das mit joshi nicht den bei dem ersten kooper ich hab's eben geschafft ja hoffentlich bist du verreckt hast doch verdient ja weil so viele tipps wie stefan mir jedes mal gegeben hat und ich das schon wusste wo ich eigentlich gar keine lust mehr darauf hatte wie kommt das bloß weiss er nicht naja jetzt haben wir wieder ein bisschen pause dazwischen gehabt ich weiß gar nicht wie lange eine woche ich bin auch weiter wie kommt das denn jetzt muss ich nur noch durch die röhre kommen ja und ich bin auch ein ticken weiter wollte mich eigentlich rollen oder so ja wo ich bin ich hätte das hätte ich nicht geschafft gleich in der ersten aufnahme hättest du das geschafft ich glaub das ist wirklich gut dass wir das nur noch so wenig machen ich will in die röhre rein los wie du bist da hinten schon? ja ich bin da hinten schon okay ich hab doch gesagt ich hab's geschafft ich komm nur nicht in die röhre rein jetzt fuck ah ich muss mal die Ladentaste woanders hinpacken gamekeys laden machen wir mal ich muss in die röhre reinkommen jetzt fuck komm da nur nicht ich kann ich schaff das nur nicht rechtzeitig zu springen irgendwie man ey ich mach gleich mehrere sages wieder sieht mir sonst zu blöd sonst hab ich nachher einen kaputten hmm wird's halt geklickt jetzt hier eigentlich kann ich mir noch einen zweiten davon lassen ja ein zweites muss auf jeden fall sonst hast du nachher voll den Arsch oh nein nicht den nein ich muss den ja fangen ich hab das mit dem hochwerfen gleich geschafft was ist falsch gesaved ich hab's eben geschafft da rein zu kommen und muss man die fette sonne ja die fette sonne was ist wenn yoshi fertig ist was ist wenn yoshi fertig ist ich muss so fliegen mit dem blauen panzer okay dann zähle ich wieder alles durch jetzt gleich ich hätte nicht springt ach komm ich schaff das jetzt ach mann du sollst rein und nicht nur dagegen springt jetzt bringt das wieder spaß wenn man das weiter schafft jetzt habe ich die scheiß schildkröte gespuckt jetzt bringt das wieder ein bisschen spaß wenn man das schafft mich kotzt das denn aber ich glaube es ist besser so dass wir das wirklich mittwochs und so dass man dann haben wir ein bisschen ruhe und müssen es uns nicht da so viel stress weil das nein irgendwann ist dieses spiel auch zerrend ich hab's geschafft ich hab das lügen schafft oh geil und das sind 5 minuten ist immer ein geister schloss nein aber ich muss ernsthaft saven mittendrin okay ja ja wenn du in der mitte auf diesen komischen steg bist ne ja hatte ich dann auch gemerkt ich hatte mich nur verwirrt dass so eine komische flamme da auf einmal kam ja ja das ist eigentlich nicht so schwer wo du jetzt bist aber du kannst ja mit joshy auf diese kugeln drauf gehen ja außer man fliegt runter ja und irgendwie ist das so wenn du gegen die dinger kommst wo die kugeln dran sind dann fliegst du von joshy runter da sind wahrscheinlich unsichtbare stacheln dran mhm oh das geisterschloss fuck wenn du nicht wissen wie das jetzt ist what the fuck ich scheiß gleich ein Ei die kommen nicht eigentlich durch toll ja dann scheiß auf ein Ei aah ist das deren ernst warum ist doch schön wenn es beknackt ist ein Geheimweg richtig mies ja das schaff ich so nicht da komm ich nicht so rüber ähm wenn ich auf dem steg bin hat er die schulkröte runter geschluckt hat er? ja ja das ist das problem du darfst nicht zu lange warten das heißt ich muss wieder zurück du musst so schnell wie möglich durch du darfst nicht so lange warten du darfst nicht so lange warten okay ja wenn das bild in diesem moment mal ein bisschen schneller gehen würde ne das ist gar kein problem ich bin ja schon bei der flamme da kommt die noch nicht mal deswegen musst du warten bis der ganz nah an dir dran ist und dann da durch ja ich warte schon mit der schulkröte bis ich fast eingequetscht werde was wieso komm ich denn schon wieder hier raus achso der kackt denn nein doch verrück ich nur wieder ne oh nein das lässt ja nicht schuld runter da ach ich mach mal hier ein save ist das gemein ok bin ich hier ja ne ja ne ist klar wenn das wirklich so ist wie ich grad denke fuck scheiß die wandern voll voll in die flamme reinglich sprungen aha ich hätte es fast geschafft du brauchst das aber nicht mehr dann wenn du auf den stacheln drauf bist ne welchen stacheln auf diese komischen blumen ey wieso ist denn der da reingegangen jetzt will mich verarschen ich hab noch nicht mal nach oben gedrückt ne ich brauchst ja nur hinter dem stein der runter fällt und auf dem steg wo man sich drauf stehen kann ja oh man das ist gemein jetzt ähm im moment leute hinter dem hinter die blumen auch noch ah ne hinter der blumen kann ich ja den joshi loslassen ne ja oh welche taste war es nochmal oh nein ich hab es fast geschafft ok ok geschafft nein ich hab geladen ich hab geladen nein nein ok save ja ja du du